hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge ich hole die frucht ja wunderbar jetzt wird's lustig nein das ist doch jetzt muss das kleine würfelchen ganz viel hüpfen obwohl das ja also ich sag's gerne immer wieder noch einfach ist hallo nö 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 das ist doof nö 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 und gmg tief die geringer sind voll den negativ die geringer siehste habe ich gesagt ist so dass wir noch mal das war aber ist das für ein kackdreh dir der kommt doch hier rein der penner das geht wieder zurück und jetzt kommt wieder doch die hofes auf der Kluft die hofes auf der Kluft der Kluft der Kluft der Kluft die Kluft Lüben für und Kaka eine wenn wir nicht alle Pille heute und ja 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 was machst du ich geh wieder zurück, ich hab hier keine Lust zu Schnauze voll nein, ich hab's überlebt, guck mal echt? ok sollte vielleicht auch mal hingucken aber das ist einfach, also ne nichts für meine schwachen Nerven so hier müssen wir her, ne und auf der anderen Seite wieder zurück du hättest auch, wenn es dir mal auch nicht gehört hättest hättest auch an dem letzten Block dann von innen, wo es runterpumpsen hat hättest 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 so ne kicke und jetzt jetzt geht's zupełnie zurück tuck Х.... na so ein wançr Ticca 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 he what were we were? wo sind denn die Auf der anderen Seite gibt es nur einen Kopf. Ja, genau. Na gut, dann kann es auch hier auf die Sonne raus. Ich erlaube es dir. Danke. Bitte. Bingo! Das war nur ein Schlüssel. Ist das das Problem? Nein, nein, da kommst du nicht hin. Du musst gleich gespringen, ne? Hm, wo soll ich denn hier zicken? Geh mal zu oben. Ja, noch einen. Sonst bringst du in die Mitte. Aber wir würden uns wahrscheinlich die Zerter verkehren. Gut, gut. So. Ich geh mal aus mit dem. Ja, klar. Warte, ist da nicht noch eine Sanduhr gewesen? Oh. 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 Gut. Okay, jetzt sehen wir schon mal, wie es so halbwegs geht. Kapit. Wie geht das jetzt? Oder aus der anderen Seite? Ja, irgendwie. Oh, ja. Oh. Warten müsst ihr nach vorne, kommt der Spacko. Komm jetzt. Der will nicht. Der will nicht. Der will nicht. Taktik? Takt. T��! Takt. Halt! Takt! Ja, sind wieder warten. Guck, blöp. Glöp. Klöp. Blöp. 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 Nein, das war ein Scherz. Ding, 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 ding. Ja. Und ding, 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 ding. So, warte, wo müssen wir jetzt mal hin? Nicht erst. Wir wollten ja da in die Mitte, ne? Ja, gleich, hol doch erstmal den anderen. Den anderen. Den anderen. Den anderen. Den äußeren Schlüssel. Okay. Welchen äußeren? Ja, weiter, dort. Ja, weiter. Warum hörst du denn nicht, du kackst? Nee, doch nicht, du kackst nicht. Was du ein Glück hast. Ja, da komm ich ja gar nicht dran. Den kackst du schon, ne? Ja, den hatte ich schon. Okay. Kannst jetzt nicht rollen. Kannst du nicht? Nee, dann stürzt sie mir ab nach vorne. Ihr heult nicht einmal rum, ne? Ne. Ne, geht ja nicht. Das war eine Frage. Ja, ich hab sie. Aber wenn ich was sage, was du machen sollst, dann machst du das nicht. Und wenn ich was frage, dann machst du das. Dann mach ich das schuld. Ja, ja. Nukem Das ist die Punkte. Ichилась mit 24. so jetzt muss man sich gar in die Mitte ja zurück oder ja so jetzt müssen wir noch den anderen Schlüssel haben auf der anderen Seite hier und auf der anderen Seite ist auch noch einer ich will ist jetzt außen aber wie komme ich nach außen komm ich denn außen so wie komme ich jetzt nach außen ja das war ein Fehler du musst sie haben ein Problem ich denke man stürzt ab habe ich auch gedacht ich habe das wirklich ich habe das wirklich gedacht sei leise jetzt ich bin leise sowas von schabupp wie kommen wir jetzt darüber das ist ein Problem 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 ja er hat den Ball wir sind schon wieder tot wenn du sich jetzt mal vom agger macht ja wohl ich glaube ich auch haben jetzt eierkopf das jetzt und jetzt das stimmt jetzt gehen wir hier zurück ja was machen wir falsch die idee ist gar nicht mal so verkehrt du musst dir nur eine seite übrig lassen um hinterher wieder zurück zu kommen hatte ich doch hatte ich doch vielleicht doch springen von hier ja warte dann sind wir doch schon mal außen nicht die komplette seite kaputt machen auf dem rückweg sondern du musst ja dann da drauf um in die mitte pumpen zu können ja das geht nicht was du vor hast du kannst nicht du kannst ja dann da außen rum ja genau so außen rum dann hast du die ja innen drin noch und äh mensch wie verwirkt muss ich das ja das weiß ich auch noch nicht aber dann komme ich nicht dahin du eierkopf ja leider mach doch erstmal mach mal siehst du so kann man das auch machen eigentlich ist das total simpel na ja das ist total einfach ja 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 das ist jetzt ja 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 das passt schon was passt sowas von komm jetzt du spacko wir haben noch keine zeit vielleicht wieder zurück junge dame jetzt mache ich ihr ende schluss ja wir haben ein schlisch warte 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 blablabla nein es geht ja nicht Stichwort Schlüssel haben Hahahaha So jetzt wo müssen wir jetzt hin Was hab ich gesagt? Was? Hinter dir, nein stopp, dreh ich weiter, dreh ich weiter Da ist der Schlüssel, auf dem Stein wo du jetzt stehst Ja Dung, dung, dung Gewonnen Ja, wie ein feiner Bubli Ja, für mich nicht hättest Dann hättest du jemand anderem Wahrscheinlich Glück Ja 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 Du musst erst aktivieren Okay Ja, da, falsch Leider, leider Dort, hinten Von den Koffelkippen Du, 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 du Und die fandest du Kokos-Peur Galalala, ist die Sandruhe Ich glaube, du springst doch mal da runter, um die Sandrohr zu holen. Echt, von dir ist die Sandrohr. Da soll man mal sagen, Frauen haben keinen Orientierungssinn, ne? Ja, das ist schon Wahnsinn. Nee, wirklich. Aber es ist halt umgekehrt, ne? Ja, ja, ja. Schätzelein. Ja, ja, Mäuschen. So ist das halt, ne? Ja, ist schön. Komm jetzt hin, du Spacko. Oh, Herr. Wer ist der Exit? Sie Exit. Ich denke, oh. Oh, ist die andere Seite. Yes, I see. Da kommt es nicht, wo nicht hin. Warte, die muss auf die andere Seite. Oh, 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 oh. Wo ist denn das? Ja, warte mal. Warte. Warte mal zurück. Ja, genau. Nein, nein, nein. Doch. Nein, nein. Du. Ja, ich darf jetzt noch einfacher haben können. Kuckuck schreit aus den Wald. Ja, nein, Kuckuck. Ja, nein, Kuckuck. Ja, nein, Scheiße. Du machst mich so takt in Rödo. No, 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 no. Nein, nein. Nein, nein, nein. Ich sag's nicht. Ich glaubte, da sind nicht. Nein, nein, nein. da soll man sich mal konzentrieren ja ja ich weiß auch warum ja ich spreche jetzt nicht mehr ich konnte traieren mich du schaffst das ja ja ich weiß nicht wenn sich jetzt schon wieder so und geschafft ja nur weil du so still war es könnte ich mich super konzentrieren bitte scheiße das ist ein doofes level nein nein das ist total ob es nicht eine täuschung ist ich bin total getäuscht halt die klappe so hoho das ist doof scheißen dreck was ist das hier hilfe wir sind gefangen ich hab's geschafft ich hab's geschafft ich tue es bringen nein jetzt spart das spiel wieder super und wir können abspeichern damit würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten mal wenn der kleine sich beruhigt hat ja ja und schnittchen nicht so viel labert bis dann schaui